Du willst mit Snowboarden anfangen? Das sind die 10 Steps, die ihr machen müsst, um schnell Snowboarden zu lernen. Die erste Grundtechnik heißt Skating und das braucht ihr, um zum Lift zu kommen und auch aus dem Lift auszusteigen. Also übt das auf jeden Fall. Ihr strappt euch mit dem vorderen Fuß in die Bindung rein und dann pusht ihr euch mit dem hinteren Fuß hinter dem Snowboard, nicht andersrum, also nicht den hinteren Fuß vor Snowboard, sondern pusht, so wie ich das jetzt mache, euch von A nach B. Hierbei ist das Gewicht auf dem Fuß, der auf dem Schnee ist und nicht auf dem Fuß, der auf dem Snowboard ist. Wie ihr seht, meine Kante ist leicht in der Luft und das ist auch gut, so dann habt ihr mehr Kontrolle übers Board. Dann sucht ihr euch eine Stelle, die ein bisschen steiler ist, dann könnt ihr so hochlaufen, wie ich das jetzt gerade mache. Dann pusht ihr euch weg und stellt den hinteren Fuß Press an die Bindung dran, bleibt aber mit dem Gewicht vorne und macht so eine leichte Kurve. Und das übt ihr wirklich ein paar Mal, bevor ihr in den Lift aussteigt, weil beim Lift geht es immer so ein bisschen runter, wie ihr jetzt seht. Und die Technik braucht ihr dann auf jeden Fall, um eben nicht hinzufallen beim Lift. Und bleibt einfach locker und folgt mir gerne für den nächsten Part.